Ich hatte schon vorher keinen Zweifel daran, dass das Notizbuch wirklich existiert. Aber da ich es selbst gesehen habe, bin ich sehr zuversichtlich, dass ich meine Aufgabe erfüllen kann. Wenn ich Kira wäre, dann wären Sie jetzt schon längst tot, Herr Yagami. Kira braucht das Gesicht und den Namen, um jemanden umzubringen. So viel müssten Sie doch inzwischen verstanden haben. Geben Sie nicht so leichtsinnig Ihren Namen preis. Wir wollen doch noch ein bisschen weitergehen. Sieh einer an. Jetzt bin ich aber wirklich wach. Ich habe schon oft gehört, dass ein Death Note in die Menschenwelt geraten ist. Aber dass jemand in nur fünf Tagen so weit kommt wie du, ist neu. Die meisten haben Angst und bringen sich nicht fertig, so viel zu schreiben. Dann macht er halt zum ersten Mal einen Fehler. Ey, wie kommst du nur darauf, dass ich es bin? Er ist wie ein Kleinkind. Er hasst es zu verlieren. Bis jetzt läuft es perfekt. Diese Amani wird verdächtigt, Kira zwei zu sein. Wir haben sie verhaftet. Ich kann sie nicht ausstehen, Ryosaki. Ich kann sie und ihre ganze Macht nicht ab. Es war doch niemand anders als Kira, der linkte El-Taylor und die FBI-Ermittler umgebracht hat. Wir ermitteln im Fall Kira, das hier ist keine Scham. Dieser El-Taylor, das bin ich. Wir beide sind Mörder und werden uns in der Halle fielen. Nein, Vater! Ihr eigenes Kind wollen sie umbringen. Wenn sie liebesmüde sind, töten sie sich nicht uns. Sie sind kein Mensch besser als Kira! Nisan, willst du wirklich für diesen Kerl dein Leben geben? Dies ist für mich das erste Mal, dass ich bei Ermittlungen mein Leben einsetze. Beweisen wir Kira, dass wir zu allem entschlossen sind. Zeigen wir ihm, dass die Gerechtigkeit immer siegt. Beweisen wir, dass die Gerechtigkeit immer sie in der Halle fielen.